Heute geht es um HTT-Interceptor. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es um HTT-P-Interceptor und zwar mit Angular. Was heißt, ich setze für dieses Video einiges voraus, nämlich einmal Angular, beziehungsweise wirklich fundierte Kenntnisse mit Angular, dann wie HTTP-Calls funktionieren, wie die Schnittstellen zu APIs funktionieren und SAS und TypeScript. Diese Sachen setze ich voraus. Das ganze Video richtet sich also nicht an Anfänger, sondern soll einfach nur einen coolen Verwendungszweck, nämlich die Erstellung eines Loading-Bars sozusagen, mithilfe von HTTP-Interceptors zeigen, weil normalerweise macht man mit diesen hauptsächlich so etwas, wie ich gebe Tokens mit für eine, wenn ich mich eingeloggt habe oder ich logge mich aus, wenn eine Fehlermeldung kommt und solche Geschichten. Aber wie gesagt, das werden wir heute mitbauen. Wir bauen eine Loading-Bar. Wenn ihr Fragen oder Probleme zu diesem Video habt unten in der Videobeschreibung, findet ihr einen Link zu Discord. Dort könnt ihr einfach der Community join, eure Fragen stellen oder andere Fragen beantworten. Also mehr Zeit wollen wir nicht verlieren. Deswegen legen wir direkt los. Viel Spaß und auf geht's. So, los geht's mit dem heutigen Video. Als erstes mal eine kleine Präsentation, was wir eigentlich machen und eine kleine Beschreibung. Und zwar gibt es heute diesen Code nicht zum Runterladen. Nummer eins ist, weil es auf Codeband sehr schwer ist, Angular-Dateien hochzuladen beziehungsweise ich noch nicht rausgekriegt habe, wie es richtig funktioniert. Wer da mehr weiß, kann das ja unten mal in die Videobeschreibung, oder unter die Kommentare posten. Prinzipiell, wie gesagt, ist dieses Video sowieso für, in Klammern, fortgeschrittene User, die das eh in ihr eigenes Projekt einbauen werden und daher das Ganze sicher nicht einfach copy-pasten wollen. Prinzipiell haben wir hier einen Button, der heißt Load Data. Der schickt einen HTTP-Request an einen Mock-Server, an einen Node-basierten Mock-Server, der im Hintergrund läuft. Und wenn ich hier jetzt drauf drücke, seht ihr auch, was passiert. Und zwar öffnet sich so ein Spinner. Der legt sich über unsere gesamte App. Im Hintergrund wird hier etwas ausgeführt, das seht ihr hier an den Requests. Und zwar steht hier oben schon Detect Request auf HTTP. Warte, ich mach das mal ein bisschen größer. Unser erster Schritt ist hier nämlich, okay, wir haben oder wir erkennen, dass ein Request abgegeben wurde gegen eine URL. Das ist egal, welche das ist, es ist auf jeden Fall ein Request. In dem Moment wird da einer Query, einer Warteschlange hinzugefügt. Und sobald dann etwas von der Request zurückgekommen ist, in unserem Fall zum Beispiel Data Test, wird dieser Request aus unserer Warteschlange entfernt. Und in dem Moment verschwindet der Loader. Was heißt, wir können unendlich viele gleichzeitige HTTP-Requests erkennen, in unsere Warteschlange packen. Und wenn alle aufgelöst sind, dann verschwindet unser Spinner. Solange das nicht passiert ist, läuft er weiter. Was heißt, wenn ich hier drauf drücke, passiert genau dasselbe nochmal. Es wird ein Request hinzugefügt. Und in dem Moment passiert genau das hier. Das heißt, das funktioniert wunderbar. Es funktioniert mit jeder API, mit so gut wie jeder Route, die es gibt. Und damit kann man eine ganze Menge Spaß haben. Vor allem spart man sich das, jedes Mal einen neuen Spinner hinzuzufügen, wenn man irgendwo eine Seite hat, sondern legt einmal einen globalen Spinner an, mit einem globalen Service und einem Interceptor, um das alles auszuführen. Und ja, damit legen wir jetzt los. So los geht's mit dem eigentlichen Tutorial. Wie ihr hier seht, habe ich schon eine ganze Menge vorbereitet. Das hat, wie gesagt, den Grund, dass im Hintergrund Angular schon instanziert ist und dieses Video sich nicht an Anfänge richtet. Was heißt, ich werde nicht darauf eingehen, was das hier alles ist und wie das alles zusammensetzt, sondern explizit nur, was für dieses Video von entscheidender Bedeutung ist. Nummer eins, ich habe hier oben einen Mox-Server. Dieser Mox-Server kann nicht sonderlich viel. Er gibt uns hier mehr oder weniger einfach nur eine Route zurück, nämlich die Route Test, die uns nach zwei Sekunden, also einer gefakten, langen Ladezeit, ein Mini-Datenobjekt, nämlich hier ein JSON-Objekt, zurückgibt, nämlich einfach Data Test. Mehr macht dieser Dienst nicht, er faked uns im Prinzip nur unsere Ladezeit. Von hier halt, wie gesagt, zwei Sekunden. Könnt ihr auch hochdrehen oder weniger, wenn ihr, je nachdem, was ihr vorhabt, ihr habt wahrscheinlich, wenn ihr dieses Video anseht, euren eigenen Demo-Server. Das heißt, das könnt ihr getrost ignorieren. Das nächste, was ich vorbereitet habe, im App-Module, habe ich schon das HTTP-Client-Module hinzugefügt. Außerdem habe ich hier bei Providers schon einen, ja, einen Interceptor, einen Loading-Interceptor, habe ich den genannt, hinzugefügt. Den gucken wir uns gleich noch im Detail an. Da werden wir auch am meisten, Klammern, dran zu knabbern haben. Grundsätzlich habe ich sonst eine Loading-Komponente erstellt. Diese liegt in unserem Share-Verzeichnis. Normalerweise müsste man das in einem Shared-Module laden, würde ich jedem empfehlen. Im Rahmen dieses Tutorials, um alles ein bisschen einfacher zu halten, habe ich das Ganze hier nur in einem Shared-Ordner. Wie gesagt, hier ist ein Verzeichnis namens Loading und in diesem Loading habe ich hier unseren Interceptor, das heißt, einen Ordner mit Loading-Interceptor und eine Komponente. In dieser Loading-Komponente werden wir später unseren Spinner bauen. Den habe ich hier schon vorbereitet, nämlich einfach einen Div-Container mit Spinner. Wie die CSS dazu aussieht, beziehungsweise die SAS, werden wir im Laufe des Videos noch bauen. Und unseren Interceptor habe ich hier schon vorbereitet. Was heißt, einfach einen Plain-Interceptor habe ich hier schon reinkopiert. Der ein Loading-Service lädt. Dieser Loading-Service ist mehr oder weniger dafür da, später auf verschiedenen Instanzen, in verschiedenen Komponenten, auf den Ladestatus zuzugreifen. Was heißt, wenn ihr beispielsweise später bestimmte Elemente nur anzeigen lassen wollt, wenn wirklich die Daten final geladen sind, dann könnt ihr damit auf eine boolische Variable zugreifen, die euch ermöglicht, etwas anzuzeigen oder auszublenden. Deswegen ist das Ganze in einem Service ausgelagert. Dieser findet sich in einem Service-Verzeichnis, in dem einmal ein Data-Service liegt, der einen einfachen Get-Request an den Server schickt, unter dem PaaS localhost 3000, wie gesagt. Es ist einfach ein JSON-Objekt, was hier zurückkommt und nicht wirklich von Bedeutung. Ihr werdet hier wahrscheinlich euren eigenen Dienst implementiert haben. Was für uns wichtig ist, ist hier der Loading-Service. Der ist aktuell noch leer. Mit dem werden wir gleich noch ein bisschen was machen. Da wird nicht viel reingeschrieben. Allerdings, wie gesagt, brauchen wir den einfach zur Kommunikation zwischen verschiedenen Komponenten, um eine boolische Variable weiterzugeben. Was ganz witzig ist, ich habe hier einen Index-TS, in der halt beide Services exportiert werden. Kann ich jedem nur empfehlen. Gehe ich jetzt nicht näher darauf ein. Wer hier mehr zu wissen will, sollte mein Angular-Tutorial angucken. Das Ganze schließe ich jetzt. Und wie gesagt, wir fangen jetzt mal, oder machen erst mal weiter, indem wir unseren Spinner bauen. Dieser Spinner liegt, wie gesagt, in unserer Loading-Komponente. Was heißt hier Loading-Komponent, wo unser Loading-Spinner drin liegt. Diesen wollen wir jetzt auf der App-Komponent hier anzeigen lassen. Was heißt, das erste, was wir hier machen, ist einfach unseren Spinner laden. Das machen wir ganz einfach, indem wir das hier reinkopieren. Was heißt App-Loading. Das Ganze mache ich mal ein bisschen kleiner. Und das hier brauchen wir erst später. Was heißt, wir laden jetzt App-Loading, weil ich das Ganze speichere. Passiert erst mal nichts, bis auf das wir halt App-Loading geladen haben im Hintergrund. Und das ist aktuell noch leer. Was heißt, wie ihr seht, ist hier nur dieser Spinner drin. Und der macht noch gar nichts. Was wir hier als erstes also brauchen, ist, wir gehen in unsere SAS Loading-Komponent.SAS-Datei. Und hier kopiere ich mir jetzt zwei Variablen rein. Einfach meine beiden Standardfarben. Und das nächste, was wir machen, wir kopieren uns hier erst mal noch eine weitere Klasse rein. Nämlich stylen wir als erstes den Host. Was heißt, wir stylen die gesamte Komponente und keinen Div-Container in der Komponente. Und das erste, was wir hier machen, wir sagen Weite 100%, Position Absolut. Was heißt, wir wollen, dass die 100% abdeckt. Sagen Höhe 100%, sagen Background ist mein Orangeton. Und sagen, dass alles innerhalb der Komponente zentriert sein wird. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, legt sich hier ein orangenes Fenster drüber. Was heißt, es hat funktioniert. Unsere Komponente hat erfolgreich sich über alles drüber gelegt. Es wäre zu empfehlen, wenn ihr jetzt mehrere Komponenten habt, hier noch so etwas wie Index reinzuschreiben und so was, keine Ahnung, wie 9000, dass ihr später wirklich sagen könnt, okay, das legt sich über alles drüber. Wenn ihr in eurer App Routing benutzt, es ist sehr wahrscheinlich, dass ihr auf der App.Komponent hier unten einfach ein Router Outlet habt. Was heißt, ihr solltet euren Spinner über euer Router Outlet legen, sodass es später über jede einzelne Komponente oder gegebenenfalls über jede einzelne Seite liegt. Ja, aber wir machen jetzt weiter. Wir brauchen unseren Spinner. Der ist nicht wirklich schwer zu bauen. Das kopiere ich mir daher auch einfach hier rein, weil das würde sonst einfach zu viel Zeit kosten in diesem Video. Und zwar haben wir hier unseren Div-Container mit der Klasse Loading Spinner. Der ist jeweils 10 RAM hoch und weit, hat ein Border-Radius von 100%. Damit wird er rund, weil von oben und unten, links und rechts, jeweils 50%, hat man automatisch 100% und damit einen Kreis. Dann sagen wir, okay, wir haben eine Border, die ist allgemein 0,5 RAM solid und nicht ganz deckend, was heißt, die ist so ein bisschen transparent mit 20%. Und dann haben wir eine Border Bottom. Diese ist allerdings komplett deckend. Wenn wir das Ganze jetzt abspeichern, haben wir hier in der Mitte unseren Kreis. Und das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist uns eine kleine CSS-Animation hinzuzukopieren. Und zwar nennen wir die Keyframes Spinner und haben 0%, ist 0% gedreht und 100% ist 360 Grad gedreht, was heißt einmal im Kreis. Das Einzige, was jetzt hier noch fehlt, ist unsere Animationsfunktion von CSS. Und das kopiere ich mich auch rein. Und zwar sage ich Animation, Spinner, eine Sekunde ist die Dauer. Wir sagen, dass das Ganze endlos geht und Ease In und Out. Das Ganze speichere ich jetzt ab und in dem Moment haben wir unseren Spinner, der sich wunderbar dreht. Nicht wirklich viel Arbeit, ganz praktisch. Falls ihr mal ein Video über verschiedene Spinner sehen wollt, die mit CSS wunderbar und unfassbar leicht umzusetzen sind, schreibt das doch mal unten in die Videokommentare. Grundsätzlich ist das jetzt unsere Loading-Komponente. Die kann ich soweit schließen, das hier allerdings noch nicht. Was heißt, wir haben jetzt zwar unsere Loading-Komponente fertig abgeschlossen, aber wir können damit noch nicht wirklich etwas machen. Was heißt, wir müssen jetzt noch ein bisschen was erweitern. Und zwar, was müssen wir erweitern? Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass unsere Loading-Komponente auf unseren Loading-Status zugreift. Und das habe ich hier eben schon rausgelöscht. Was heißt, das werde ich jetzt nochmal hinzufügen. Und das ist einfach eine If-Direktive von Angular, wo drin steht, wir greifen auf unseren Loading-Service zu und hier auf unseren Loading-Status. Wir müssen jetzt hier unseren Loading-Service natürlich noch in unsere Loading-Komponente importieren. Das habe ich hier schon gemacht, in unserem Konstruktor. Und greife hier auf unseren Loading-Service zu. Allerdings in unserem Loading-Service selbst ist noch nichts drin. Was heißt, wir brauchen in unserem Loading-Service natürlich noch unsere Variable, auf die wir jetzt auch in unsere App-Komponent zugreifen. Was heißt, unsere Loading-Status-Variable sollten wir hier natürlich hinzufügen. Was heißt, in unserem Loading-Service sage ich jetzt Public Loading-Status und sage jetzt hier einfach ist ein Boolean und speichere das Ganze ab. So können wir auf unsere Variable zugreifen und die wird halt später True oder False, ob gerade geladen wird oder eben nicht. Das Entscheidende ist, wir müssen das Ganze jetzt so steuerbar machen, dass wenn wir etwas laden, dass wenn unser Interceptor funktioniert, wir etwas verändern. Und in unserem Fall nutzen wir dafür Public ist Loading und setzen hier ein neues Objekt, nämlich ein Behavior-Subject und setzen das Ganze standardmäßig auf False. Was heißt, wenn nichts passiert bei der Instanzierung dieser Variable, wird im Prinzip einfach False gesetzt und das, was wir jetzt machen können, ist Sys ist Loading Punkt und wir subscriben das jetzt einfach. Ups, das war falsch. Das wollte ich nicht. Was heißt, wir wollen hier ist Loading subscribe. So, und hier sagen wir Status. Status ist ebenfalls ein Boolean. Unser Boolean soll etwas machen und zwar ist Loading Status gleich Status. Was heißt, wir haben jetzt eine Funktion, die dieses Objekt komplett subscribt. Was heißt, sobald sich das verändert, setzt es unseren Loading Status um. Was heißt, es wird permanent überwacht sozusagen. Deswegen nutzen wir subscribe. Das hier gibt uns nämlich ein Observable zurück. Und wir können damit jetzt wunderbar unseren Zustand wahren, wenn wir dieses Objekt verändern. Das Ganze können wir jetzt abspeichern, weil mehr werden wir in dieser Loading Service Datei nicht machen. Das nächste, was wir jetzt nämlich machen müssen, ist unser eigentlichen Interceptor bauen. Unser Interceptor kann, wie gesagt, auch nicht die Riesenmenge, sag ich mal, sondern wir können damit einfach einen kleinen, sehr cleveren Trick machen. Und zwar das Erste, was wir jetzt machen, ist, wir rufen unseren Interceptor einmal auf. Der liegt hier in diesem Interceptor-Verzeichnis, habe ich den schon hinzugefügt. Und der heißt intercept loading.interceptor. Und hier haben wir schon eine ganze Menge Code, der hier schon standardmäßig steht. Ich mache das hier mal zu, weil das ist das Einzige, was wir jetzt noch machen werden. Und zwar haben wir hier als erstes, laden wir unseren Loading Service, weil wir wollen ja später unsere Variable, die wir dort definiert haben, unser New Subject, wollen wir später verändern können. Das Erste, was wir jetzt machen, ist hier unsere Intercept. Wollen wir einfach mal ausgeben, was hier genau passiert. Was heißt, wir sagen hier einfach mal console.log, zack, und sagen hier unser Request, wollen wir mal ausgeben. Wenn ich das Ganze jetzt abgespeichert habe, passiert erstmal nichts. Wenn ich hier allerdings auf das Load Data drücke, seht ihr, es wird schon ausgegeben. Was heißt, unser Request funktioniert. Wenn das bei euch nicht der Fall ist und ihr noch nie etwas mit Interceptern gemacht habt, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass ihr in die App Module gehen müsst und hier, wie gesagt, euren Interceptor bei Provider registrieren müsst. Was heißt, ihr müsst sagen, okay, wir haben unseren Provider, das ist ein HTTP Interceptor, und wir nutzen unsere Klasse Loading Interceptor. Das ist mehr oder weniger hier oben, Export Class Loading Interceptor, was heißt, diesen Namen müsst ihr hier einfügen, und Multi solltet ihr auch hinzufügen, was heißt, dass es einfach mehrfach eingesetzt werden kann. Hier sehen wir jetzt, wir können unseren Request abfangen, und das funktioniert, egal wie oft wir hier draufdrücken. Was heißt, jedes Mal, wenn wir hier draufdrücken, oder auch wenn hier 40 Requests kommen, wird unser Interceptor sich immer dazwischen schalten, zwischen unseren Get Request, oder was auch immer für einen Request ihr abschickt, und das, was zurückkommt. Das nächste, was wir hier machen wollen, ist erstmal uns einen kleinen, ja, einen kleinen Console Log ausgeben, was ich auch schon im Vorfeld gemacht habe, und zwar sagen wir einfach, okay, unser Request wurde detected, und wir geben einfach mal die URL aus, wenn ich das Ganze jetzt speichere, und hier draufdrücke, seht ihr, okay, es wurde funktioniert, und wir kriegen hier unsere URL ausgegeben. Das ist einfach, dass wir sehen, dass alles richtig funktioniert. Das nächste, was wir machen müssen, ist uns erstmal eine Variable definieren. Und zwar wollen wir hier oben, Liste von Requests. Was heißt, wir wollen hier eine Liste definieren, die nennen wir Private, weil wir wollen nur innerhalb dieses Interceptors auf diese Variable zugreifen, und wir sagen jetzt hier Requests. Dieses Request-Objekt ist einfach ein HTTP, Request, 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 Slash, Any, aber ohne S, Request, Any, was heißt, es ist jede Art von Request, und es ist ein Array, und standardmäßig ist dieses Array leer. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, passiert nichts, wir haben hier einfach nur eine neue Variable, auf die wir zugreifen können, und in unserem Fall, wenn wir die jetzt hier ausgeben, und ich die einfach mal hier reinschreibe, mit Sys Punkt, und das Ganze jetzt abspeicher, seht ihr auch, okay, wir kriegen hier, wenn ich hier drauf drücke, einen leeren Array zurück, und was wir jetzt machen müssen, ist natürlich unser Sys Request Array nehmen, und einfach hingehen und sagen Push, und da stecken wir jetzt unser Request, den wir über unseren Interceptor bekommen, rein, und in dem Fall soll danach einfach noch einmal unser Array ausgegeben werden. Ich drücke jetzt drauf, ihr seht, erst ist er leer, dann wird er detected, und dann wird ein Request hier reingeschrieben, und ihr seht hier, es ist unser Request, der gegen HTTP Localhost Test geht, das heißt, das funktioniert doch schon mal wunderbar. Aber was können wir damit jetzt machen? Das erste, was wir machen ist, wir haben jetzt einen Array, also wir haben in unserem Array jetzt einen Datensatz, und das bedeutet, wir setzen als erstes in unserem Loading Test Service etwas ein, und zwar sagen wir Sys Punkt, Loading Test, dann sagen wir Punkt, und sagen hier, ist, bloß, loading, und dann next, true, was heißt, wir sagen jetzt einfach unserem, Objekt, hey, du bist true, und in dem Moment, wenn wir hier drauf drücken, wird das jetzt gestartet, und hier funktioniert jetzt wunderbar unser Loading, allerdings haben wir jetzt das Problem, dass, ja, unser Array immer noch voll ist, und solange unser Array voll ist, und noch nicht komplett aufgelöst wurde, ja, haben wir das Problem, dass schlicht und ergreifend hier, der nicht weg geht, was heißt, ich muss das Ganze einmal speichern, und neu laden, dann ist es weg, hier unten haben wir ein Observable, mit dem können wir jetzt eine ganze Menge machen, und zwar gibt uns das etwas zurück, und das, was wir zurückgeben, dem können wir subscriben, was heißt, wir sagen jetzt hier erstmal eine Konstante, und zwar Subscription, und diese Subscription definieren wir als next.handleRequest, so, das, was wir hiermit jetzt, ups, und hier subscriben wir den ganzen, aber macht er das immer, das ist aber nicht gut, so, subscribe, so, genau, so wollen wir das haben, und sagen hier Event, und unser Event kann jetzt einiges vollbringen sozusagen, und zwar sagen wir hier console.log, und wollen erstmal einfach ausgeben, was unser Event eigentlich ist, so, hier sehen wir unseren Event, wenn wir hier drauf drücken jetzt, kommt etwas zurück, nämlich als erstes Type 0, und wenn wir jetzt kurz warten, wird gleich etwas passieren, und zwar bekommen wir jetzt hier, habt ihr gesehen, wunderbar auch Zeile 27, was heißt, das ist unser Event, kriegen wir ein HTTP-Response zurück, was heißt, wir wissen, es handelt sich hier um ein Response, das heißt, wir können darauf reagieren, in unserem Fall sagen wir hier jetzt einfach, if, und Event, instance, ups, instance of, und hier sagen wir HTTP-Response, was heißt, wenn Event ein HTTP-Response ist, dann wollen wir einmal sagen, console.log, was heißt, wenn etwas zurückgekommen ist, in unserem Fall sagen wir einfach, remove requests, und dann fügen wir hier nochmal unsere URL ein, um später nachzuvollziehen, was eigentlich passiert ist. In unserem Fall speichere ich das Ganze jetzt ab, drücke hier drauf, es wurde detected, es wurde auch hinzugefügt, in unserem Fall, wenn es dann zwei Sekunden abgelaufen sind, kommt hier remove requests, weil unser HTTP, also die Antwort unseres Servers zurückgekommen ist. Was heißt, wir müssen jetzt einige Sachen machen. Nummer eins ist, wir müssen unserem Observer, was heißt, hier haben wir unseren Observer, zurückgeben, dass etwas passiert ist, und zwar in unserem Fall sagen wir hier auch wieder next, und sagen hier event, was heißt, wir geben unser Event einfach zurück an unseren Observer, und das nächste, was wir machen ist, wir rufen eine Funktion auf, und zwar sagen wir this, remove request, und geben hier ebenfalls unseren requests durch, und jetzt müssen wir diese Funktion natürlich noch definieren, was heißt, hier oben fügen wir uns mal eine Funktion hinzu, und zwar sagen wir public remove request, die erwartet einen HTTP request, mehr nicht und auch nicht weniger, was heißt, woops, rein kopiert, zack, und das nächste, was wir hier machen ist, wir sagen einfach, wir definieren einen Index, sys, woops, sys.request, also unseren Array, den wir hier oben ja definiert haben, wollen wir jetzt haben, und hier sagen wir Punkt index of request, was heißt, wir wollen einfach die Position unseres requests in unserem Array haben, was heißt, wenn wir da 30 Stück drin haben, können wir unseren jetzt genau erfassen, was heißt, wir wissen, okay, der ist an Position 5 oder sowas, und wir sagen jetzt einfach if index größer gleich 0, was heißt, wenn der da ist, dann sys.request.splice.index, Komma 1, was heißt, wir wollen den einfach entfernen. Das nächste, was wir machen ist, wenn wir den entfernt haben, sysloadingservice.isloading.next, und hier sagen wir jetzt einfach sysrequest.length größer 0, was heißt, wenn das hier true zurückgibt, beziehungsweise das wird false zurückgeben, in dem Moment, wenn alles leer ist, was heißt, in dem Moment, solange es größer ist als 0, also solange hier requests in unserer Query drin liegen, soll er uns in diesem Fall weiterhin true zurückgeben, dass etwas am Laden ist, in dem Moment, wenn das Ganze kleiner 0 ist oder gleich 0 ist, also unser Array leer ist, weil alle requests aufgelöst wurden, in dem Moment soll er uns false zurückgeben, weil unser Loading nicht mehr funktioniert, wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und hier drauf drücke, seht ihr, es wurde detected und gleich kommt unser Remove zurück und in dem Fall, habt ihr schon gesehen, verschwindet es direkt wieder, weil unsere Funktion hier oben funktioniert hat, wo wir unseren, unser Request in unserem Request Array erkennen, wir indexieren ihn, entfernen ihn aus unserem Request Array und geben dann, wenn der ganze Array leer ist, geben wir unserem Loading Status, hier habe ich einen Semikolon vergessen, den Status zurück, ob alles fertig ist oder eben nicht. Wir können jetzt hier unten theoretisch, sollte man eigentlich noch Error Handling betreiben und auch wenn beispielsweise es leer ist, sollte etwas zurückgegeben werden und so weiter, was heißt, was passiert, wenn hier ein Error kommt, das Ganze spare ich mir an dieser Stelle mal, das würde ganz normal funktionieren, was heißt, ihr würdet jetzt hier einfach sagen, wir haben hier unseren Subscribe und wir können jetzt hier einfach sagen, okay, was passiert bei einem Error, beispielsweise sagen wir jetzt hier einfach Console.log, machen wir hier mal, Console.log, zack, zack, warum hat er hier einen Fehler? Interessant, irgendwo ist hier ein Fehler, so ist der Fehler, so und zwar haben wir hier einen Console.log, der uns jetzt beispielsweise Error ausgibt, wichtig ist hier allerdings, dass ihr schlicht und ergreifend diese Remove-Funktion natürlich hinzufügt, dass das Ganze aus dem Request entfernt wird, auch wenn es einen Error gab, weil ja etwas vom Server zurückkam, was ich empfehlen würde, ist, dass in dem Moment, wenn ein Error auftritt, also ihr Daten nicht vom Server bekommt, entweder beispielsweise zurück zum Login geht, wo einfach der User sich nochmal einloggen muss oder sowas in der Richtung oder ihr darauf hinweist, dass Daten nicht geladen werden können. Was heißt, ihr solltet beispielsweise in unserem Loading-Service noch eine weitere Variable definieren, wie isError oder sowas, dass wenn ein Error auftritt, dass hier eine Fehlermeldung ausgegeben wird, hey, Daten konnten nicht erfolgreich geladen werden, versuche es gleich nochmal oder ihr hier drin sogar einfach die Route noch einmal öffnet, was heißt, den Request einfach nochmal ausführt, um es nochmal zu versuchen oder solche Richtungen. Was heißt, hier kann man noch relativ ausführliches Error-Handling machen. Wie gesagt, das ist ein Verwendungszweck von Interceptern, der nicht ganz so bekannt ist. Es wird immer mehr im Internet genutzt, auf verschiedenen Blogposts habe ich jetzt auch schon diesen Weg gesehen. Prinzipiell finde ich es sehr praktisch, weil man einfach so einen Spinner in jeglicher Form benutzen kann, ohne dass man groß auf jeder Seite sowas implementieren muss, sondern ihr müsst es einmal machen. Es funktioniert global überliegend über alle Komponenten, über alle Routen, über alle Verbindungen zu einem Server, egal welcher Server, weil es einfach als Interceptor sich immer zwischen Requests dazwischen schaltet. Und ja, schreibt doch mal in die Videokommentare, ob ihr in euren Angular-Apps für so etwas Verwendung seht oder eben nicht. So, das war es wieder für diese Woche. Wer euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme habt, findet ihr dort auch Twitter, Facebook, Instagram und so weiter. Oder ihr könnt dort der Community joinen und diesen Channel unterstützen auf Patreon oder Amazon Affiliate. Grundsätzlich bis nächste Woche. Viel Spaß und ciao. Untertitelung im Auftrag des ZDF, Untertitelung im Auftrag des ZDF, Untertitelung des ZDF, 2020